Ich bin gespannt was das Yako Koko ist. Oder Yako Koko, oder irgendwie so. Ist auf dem Berg, oder? Ja, dachte ich mir schon. Beschweren wir die dann alle bitte? Was heißt alle? Ich weiß nicht mal wer alle sind. Ich würde halt auch gern mal die Ding kennen lernen. Scheiße, wie hat die Kaisen? Ja, genau. Also, meinst du, meine Lüge-Helper. Schön, dass dich zu mir hat. Du bist auch gut auf Zeit. Es ist eine Chance. Wir wollen nur unsere Geld. Also, Miko, was müssen wir genau machen, um das Yako Koko zu machen? Also, ich bin klar, wir haben eigentlich gar nicht ganz genau das, was es heißt. Es könnte so ein Wunder, aber zu sagen, die Yako Koko ist nur ein gathering der Yaukai. Back in the day at Yo-Kai gatherings, once everyone had had plenty to drink, one by one they'd start soaring into the sky with their Yo-Kai powers. There were so many of them that their silhouettes would block out the moon. But now, the Yo-Kai memories that leak from the ley lines are weak. They are no longer able to fly. So I will be performing a convocation ritual for them, gathering all the wandering memories together in one place. When the time comes, they will gather in the sky above the Grand Narukami Shrine. Once their energy is spent, they will be satisfied and return to where they belong. All the preparations for the ritual have actually been made well in advance. Remember the Incantation and the mention of moonless night that I added to our novel? Oh yeah, something about reciting the secret spells of Lady Kitsune on a moonless night. That's the one. Actually, it's not a wish-granting Incantation at all. It's a spell to help calm the ley line memories. When that time comes, let's all pitch in and help send them on their way. Was brauchst du von mir? I will start the ritual preparations shortly and at that time I need you to do two things. First, tell the Shrinemaidens to leave the mountain. During the Hiyakyako, a whole swarm of Yo-Kai memories will be hanging around in the air above the Grand Narukami Shrine. Having the Shrinemaidens leave avoids the bothersome issue of someone potentially getting possessed. After that, I will commence the ritual and the memories will begin to congregate. This will take some time. I need you at the foot of Mount Yogo during this part to keep an eye on nearby monster activity. The memories are normally dispersed and don't pose a threat. But when their energy is concentrated, it is likely to disturb the monsters. They may see this as an opportunity to try and make it up the mountain. I need you to defend them off so that that doesn't happen. Alright, got it. Then what? Hmm. Well, if at that point you felt like coming to the Shrine and getting a close-up view of the Yo-Kai, I wouldn't say no. Okay, let's get going. Tschüss. Schreien, Lady Sagen. Los, verzieh dich! Weil wir sicher gehen wollen, dass sie auch ins Sicherheit ist. It seems like Lady Guji places great trust in you. Lady Guji has never allowed anyone else to be in her presence when she's conducted rituals like this in the past. Thank you for helping with the ritual and good luck. Don't worry, we're much stronger than we look. Also ich jedenfalls. Paimon schaut genauso aus, wie sie Paimon ausschaut. Weko is about to start the ritual. Come on, let's go deal with the monsters down on the mountain. Yeah, Monster schlachten. Und dann werden wir dann auch pünktlich, denke ich, hoffe ich mal fertig zum Genshin-Stream. Nein, nicht an dem Tag, wo die Folge rauskommt. Der war dann schon. Da unten wahrscheinlich, oder? Beim Tor. Warte mal, gab's da so ein Tor? Das wusste ich nicht mal. Das sind keine Monster, Alter. Das sind Fatou. Das sind Fatou. Meine Entschuldigung. Empresst mich so. Merz. Winter. Ich meine Fatou sind doch eigentlich keine Monster vom... Jetzt? Hä? Wer in der Nacht hereinbrief, versammeln sich die Monster langsam in diesem Gebiet. Eigentlich tanzen die doch bloß. Wir können sie nicht auf den Berg lassen. Lassen sie uns loswerden, für mich guck. Ja, ja, lasst uns sie loswerden, so schnell wie wir können. Dann können wir zurück in Zeit, um die Yo-Kai zu sehen. All right, here they come! Was, sie kommen, man tanzen rum und dann... There is no escape. Time for a light jump. Torn to oblivion. Shine down. Oh ja, ihr seid... Warte mal, ich kriege gar keine Sachen, glaube ich, von euch, ne? Oh, ich kriege gar keine Sachen, von denen fällt mir gerade auf. Die, 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 die... Ich bin auf die Wand. Wurrling Schnee. Zubrische. Torn to oblivion. Alter, das ist ja so'n großer. Ach ne, das ist so'n... Hä, was ist das für... Der ist doch kein normaler Gegner. Okay, das ist der letzte Monat! So many! They're everywhere! Yes, the memories of the Yokai. They haven't been able to relax and soar through the air like this for a long time. Come with me. You alright, little one? You look a little nervous. It's just, Paimon's never seen anything like this before. Whoa, they've really blocked out the moon! It does look a little intimidating, doesn't it? But I know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. Even after losing their lives in a brutal war, they have never given in to grief or despair. Alas, their time is short. What? 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 Who? Do they… Do they really have to go? Es ist ein Feast, und alle Feasts kommen zu einem Ende. Als du dich entschuldigst zu sehen, warum kannst du den Recital mit mir machen? Oh Hakushin, der Grund von diesem Enchantment! In reverenz, ich performe dieses Rite. In reverenz, ich performe dieses Rite. ...to be a Guiding Rite. Huh? Wow, so beautiful! Look, lights are coming from Inazuma City! The book says, recite the secret spells of Lady Kitsune tonight, and our wishes will come true. Oh Hakushin, cause of this Enchantment. Ich performe dieses Rite für eine Guiding Light. Deine Rite nichtreifte, werden wir immer wiederholt werden. Und Eternally. Murakusai. Du hast gefragt, ob ich gut funktioniere. Wirklich, jeden Tag ist ein glücklicher Tag für mich. Aber, wenn du jetzt alle nachdenkst, kann ich mir nicht helfen, aber ein bisschen schuldig fühle. Hm. Ein bisschen, natürlich. Ach, wie geil! Ich... Wie ich dachte, der Rite ging sehr schnell. Danke, beide. Mir geht's dir gut. Oh, ich bin großartig. Aber... Der Blick auf deinem Gesicht jetzt... Ich bin gut, ehrlich gesagt. Wirklich? Ich... Nein. Honestlich, ihr zwei. Rico! Gut. Wenn du tot bist, etwas für mich zu tun, kannst du mich zu einem Mahl behandeln. Natürlich, kein Problem. Ein Mahl ist es! Okay. Eine gute Mahlzeit, abgemacht. Okay. Well, see you soon, then. So, oder nicht? Warte auf den vereinbarten Zeitpunkt am nächsten Tag. Ah, ich krieg bei den Sequenzen von Genshin, wenn sie eins schafft, dass ich immer Gänsehaut krieg bei den ganzen Dingern. Das ist so geil gemacht. Immer so schöne Szenen und alles mögliche, wo du denkst, ah, die schau ich mir noch fünfmal an und... Schön, schön. Hä, warte mal. Warte auf den vereinbarten Tag... Ach, den nächsten Tag. Wow. Ah, schön. Äh... Ja, wow. Es ist ja genau zwei Uhr. Das war jetzt wieder so typisch. Es hat genau bis kurz nach Mittag nach gereicht. Das heißt, ich muss den ganzen Tag überspringen. Ah, ich hab nur noch 20 Minuten bis ich meinen Stream starten muss. Nein, ich hab's weggedrückt. Ach, fuck. Wo wir Miko einladen zum Essen. Aber was ist mit unseren Gehaltschecks? Wo ist mein Money? Gib mir mein Geld. Sonst muss ich meine Schlecker-Trips rufen. Oh. Warte ist unverhältlich. Wie ist das nächste Kapitel der mirakulischen Gehäuse des Gehäuser noch nicht? Es war ziemlich eine Überraschung, wenn die münlöse Nacht endlich kam. Ja, das große schwarze Schnee über Mount Yogo das Nacht. Es scheint nur aus keinem zu formen. Aber dann hat nichts passiert, nachdem ich einen Wiss gemacht habe, die Method in diesem Buch. Ja. Ja. Ich glaube, das sind einfach nur eine Fische. Die Nacht war definitiv die Nähle in der Koffein für die Inkantationen von Novels, Fad. Aber trotzdem, etwas sagt mir, dass die mirakulischen Gehäuser des Gehäuser bleiben eine interessante Serie für lange Zeit zu kommen. Huh? Paimon kann nicht sehen Miko irgendwo. Ich glaube, sie ist nicht hier. Uh, vielleicht ist sie schon in der Nähe. Wir gehen und schauen sie. Ah, meine kleine Freunde. Da bist du. Niko? Was ist das? Hast du angefangen, zu essen, ohne uns? Ich habe das, ja. Aber du hast alles bezahlt. Die Idee, dass man die größte Koffein zu essen kann, und den feinsten Koffein zu essen, alles für absolut frei? Oh, ich konnte nur noch länger warten. Die verbraucht uns eine ganze Kohle. Kann das sein? Ah, Boss. Siehst du diese zwei Gesichter hier? Erinnere sie. Sie sind diejenigen, die später die Koffein zu holen. Okay. Da ist die fies. Weil wir es geschafft haben, ihre Gefühle zu entlocken, oder? Was hat dich entstanden? Komm schon, schau dich auf. Du musst diesen Fisch probieren. Es ist exclusively in den waters von Seirai Island. Sie haben ihn in Inazuma verabschiedet und es war immer noch alive, bis ich ihn verabschiede. Oder vielleicht lieber du das probierst? Ich weiß, ich weiß. Normalerweise kann ich mich nicht zu trinken, dass ich so lebe. Wenn du kein Alkohol trinkst, das ist auch gut. Es gibt so viele Frucht-Juße, die das gesamte Preis-Spektrum verabschiedet. Nico! Du bist verrückt! Letzte, als wir hier arbeiten, alles, was du für uns brauchst, war das kuschelste Kuschikatsu! Strang. Ich erinnere mich nicht so etwas. Oh, also was? Du hast mich gefordert, um ein Essen zu trinken, nicht wahr? Was? Was? Ja... Wir wurden auf die Schiffe genommen. Die Weinenwulfe ist erst abgeschlossen. Großes Narukami Opferritual. Danke für die Beobachtung. Ich habe mich heute durchsichtig gefühlt. Oh, habe ich es erwähnt. A sah das Konvocationsritual, das wir über dem großen Narukami Schrein gemacht haben. Ich weiß, dass sie so großartig sein kann, aber es war mir immer noch eine Überraschung, als sie mir eine lange und störtige Texte geschrieben hat, um mich zu verabschieden, um das alles zu weit zu verabschieden. Oh, ich sehe gar nicht, was all die Fuss ist. Alle seien mir perfekt glücklich. Oh, sie ist so ein Wahnsinnscharakter, ey. Oh, werde ich das vermissen, auf ihren Charakter zu warten, dass ich ihn ziehen kann. Und auf die Storys zu ihr. Ich hoffe, es kommt noch mehr. Ach, ja. Stark. Ach, Yai Miku ist halt einfach der geilste Charakter in dem verdammten Spiel, man. Und was machen wir jetzt? Als nächstes haben wir dann Enconomia auf der Liste, ne? Äh... Aktionen. Alter, aber was ist das da? Augenriffs-Gelöbnis ist es. Angriffsprozent, Basisangriff. Oh, ist das gut für sie? Was ist denn das? Salbe des Augenlichts. Verfeinerungsmaterial. Ach, das ist damit ich die Waffe dann auch auf Maximum bringen kann, ne? Aber wir könnten mal sie schnell mal ausprobieren. Right here. Emerge. I'm always watching. Right here. Emerge. Und... Zack. Alter, das ist Schutt. Show them right now. Emerge. Boom. Ey, ist schon... eigentlich schon stark, finde ich. Also... ich mein, gut, es waren jetzt nur 80er Gegner, ne? Aber... Ja, ich hab Bock drauf, dass ich sie spielen kann. Vor allem, ich find's cool, dass sie halt als ihre Hauptwaffe ja eigentlich Ding hat. Äh... Diesen... Ah, fuck, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Dieser Stab, den sie da hat. Und was will ich denn jetzt eigentlich da? Aktion. Probe auf. Probe auf. Einsammeln. Da gibt's ja nur das Zeug dafür. So was haben wir auch drei bekommen. Ähm... Ja... Also dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Es war ein geiler Ritt. Ja, ein Miku, das ist schon geil gewesen. Von so ein bisschen... Wir müssen da ein Geist exorzieren zu... Oh mein Gott, wir müssen eine Lobel schreiben zu den Yokai, die sie beschwört. Zu der Mikos großer Rache. Weil wir gesehen haben, wie sie emotional wurde. Und sie darauf angesprochen haben, was ein großer Fehler ist, weil sie dann Rache will. Na ja... Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Haha! Du... Du! 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 Du brich!